Ja Leute was geht, herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video, es ist mal wieder Februar oder März, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist es nicht Dezember oder November, dementsprechend Leute gibt es da wieder ein ganz billiges Video da rein, gesch***t Leute, weil wir selber natürlich die besten Fortnite-Spieler der Welt sind, ich meine ihr kennt Momente wie diesen, oh verdammt, es hat verdammt Wegezahlen. Nein, 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 habt ihr auf jeden Fall komplettes Verständnis dafür, wenn wir uns jetzt über andere Leute, die Fortnite spielen lustig machen, natürlich tun wir es nicht, aber wir schauen uns jetzt eine kleine Fail-Kompilation an und zwar vom Kanal LaMay, der Video-Ersteller ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt, schaut auf jeden Fall vorbei und ich würde sagen, wir schauen einfach mal per dritt, was so die dümmsten Fortnite-Fails sind, die es eigentlich so gibt auf der ganzen Welt, ich auch noch nicht Bruder, ich gucke mir immer selber meine Fails an und das ist schon cringe genug, aber schauen wir mal ganz kurz. Wenn ihr bei The Way Bock auf eine Fail-Montage von mir habt, Leute, da gibt es nämlich auch ein paar lustige Sachen, dann lasst nochmal einen Daumen nach oben da und wenn ihr wollt, dass ich auf einen anderen Kanal reagiere, der kranke Fortnite-Challenges macht, dann lasst hier nochmal einen Daumen nach oben da. Okay, ich bin gespannt, oh Gott, okay. Oh Gott, das ist ein Bot. Oh mein Gott, nein, 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 der ist noch schlimmer als ich, oh mein Gott, was? Oh Gott, oh Gott, der Arme, der Arme, Alter, der Arme, aber beide, beide, aber beide, nicht nur er, beide, beide. Hä? Was? Wie lang geht das? Okay, hart bekommen, aber... Er hat es doch noch geschafft. Alter, oh ja, da kommt die, oh, die alten Ausgutmucke. Okay, er landet, er landet, Konsolenspieler auch wieder, klar, dass es einen Fail gibt. Okay, nice, was macht er? Oh nein, oh nein! Der Arme! Der Arme! Alles Konsolenspieler, alles Konsolenspieler, wir waren gut gewöhnt. Anstatt, dass du dich großbaut, warum? Wo fliegt der Bus hin? Der ist einfach sitzen geblieben. Also alles Konsolenspieler, die Batsche. Nice one. Der ist auf PC. Was? Ja, nice, wieder mal Konsolen-Bug an der Tür. Wer könnte nicht der Alter keine Konsolen-Bug? Den Franzosen, Alter. Hä? Wo fliegt dieser Bus hin? Warte, was passiert jetzt? Alles ist da drin und schief. Was passiert jetzt? Was? 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 Geht ab? Was ist das für Bugs, Mann? Stell dir mal vor, du spielst dieses Game zum ersten Mal und siehst du was, du spielst es nie wieder in deinem Leben. Es ist keine Lust mehr da drauf. Oh Mann, der Arme, Alter. Oh mein Gott, Geistertür. Das ist mir auch schon mal passiert. Das ist mir auch schon mal passiert. Ich bin in einem Baum gelandet und ich kam nicht runter und ich musste die ganze Zeit dann rum. Und dann hat einer den Baum von meinen Mates abgebaut und dann konnte ich erst landen, Alter. Dann warst du tot. Sau stressig. Nee, du hast den Gleiter noch, ne? Ja, ja, genau. Der Gleiter geht halt nicht weg dann. Das ist mir auch schon mal passiert. Was? Alles klar. Oh nein. Oh, das geht so. Oh nein. Oh nein. Stell dir mal vor, du hast so einen Mate und du tust ihm sowas an. Du fühlst dich ewig schuldig, Alter. Vor allem Finale. Guck. Ich nehm nur einen da. Die hätten nur einen geholt. Und der ist down. Der ist down. Nein. 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 Auch Deutsche. Auch Deutsche. Niedergeschreckt. Niedergeschreckt. Voll im Finale auch wieder. So weiß das Leben halt kaum, Leute. Boah, da tut's am meisten weh. Ja, ja. Leute, ihr kennt das doch alle. Wenn ihr vorhin erspielt, diesen Druck habt. Ihr habt diesen geistkranken Druck. Ja. Eure Helfbar ist ungefähr so 79 wie hier. Ihr habt keine Schilde mehr. Ihr habt keine Minitränke. Ihr habt vielleicht nur einen Raketenschuss und denkt so, okay. Wenn ich den ersetze auf diesen Turm unten. Der Turm. Die Gegner fallen runter. Und wir kriegen es hin. Und dann schießt ihr gegen euer eigenes Fenster. Ey. Das ist wie vorgestern passiert. Ihr kennt diesen Moment. Finale. Ich hatte so ne Treppe. Und ich piek so, treff die Treppe und tot. Und dann, bam, tot. Ja, ja. Ich hasse es, Alter. Was? Ja, moin. Das hab ich gesehen. Und ausgedacht. Was? Das hat ein anderer Ami-Spieler auch. Der war teleportiert. Locker trollen die bei Epic Games. Enderperle. Enderperle. Soll wirklich kommen als Update. Ne. Gibt's schon im Single Player. Weiß, weiß, weiß. Okay. Locker ist das seine eigene Trap oder sowas. Jetzt kommt noch ne Trap oder sowas. Jetzt kommt noch ne Trap. Beide laufen rein. Ich wusste es, Alter. Oh Gott. Ich wusste es. Ah, die Falle war weg, aber trotzdem. Okay, okay. Und ich kill trotzdem. Stimmt, man hat sogar gehört, wie sie wieder hoch gegangen ist. Ja, schade, Alter. Nice one. Oh, das ist ja schon, da offensive los. Die Musik sind so geil. Oh, die Musik sind so geil. Oh. Aaaaaah! Ouhuuhuuhu! Konsolenspieler wieder, Playstation. Hä? Lol! Diese Dinger fliegen einfach durch sein Haus durch, siehst du das? Oben die Granatenwerfer hast du gesehen? Hallo Motherfuck! Schneebälle! Ich hab grad diesen einen Schnitt gesehen, wo diese Granate kommt und so, hello Motherfuck! Gimmlich! Hä, ist das nicht ein Gegner? Einfach beide so lange gewartet haben. Und dann auf einmal losgerastet sind. 6 HP, der gute Boy. Oh, vorsichtig, mein Freund. Er ist draufgegangen. Er ist draufgegangen, während er abbaut. Oh, Junge, so eine... Wer geht auf eine Falle und legt eine Falle auf den Boden? So geht der Fall nicht aus der anderen Tür raus. Man muss die ja abbauen, weißt du? Man muss die ja abbauen, das Wichtigste. Damit keiner andere da reinbaut. So dumm. Die Diamanten. Die Diamanten, Alter, der ist schandt mit dem... Ah, ist wieder deutscher, deutscher Konsolenspieler. Ja, moin. Das ist einfach mein Leben in den letzten zwei Tagen bei Fortnite, Mann. Landung, keine Waffe, tot. Oh nein, oh nein. Alles auf, alles auf. Schaff das Kastik, Alter. So. Ah, ha, 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 ha. Mach mein Boot, Alter. Ah, ha, 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 ha. Stell dir mal vor, dir passiert sowas. Oh, älter Finisher. Ja, ja, finde ich auch mal reudig. Finde ich auch mal reudig. Aber mach ich auch. Nein! Oh nein, probier's noch mal. Nein, 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 es passiert noch mal. Nein, warum? Bruder, hör doch auf. Lass doch gut sein, lass doch gut sein. Bruder, nein, 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 nein. Vor allem... Das kotzt mich immer noch so an. Dadurch, dass er den Baum hier berührt, wird der Fall schon nicht mehr... Man, mich kotzt es so an, dass man im Wasser immer noch Falschaden bekommt. Das stört mich immer noch so immens, Alter. In Minecraft bekommt man keinen Falschaden. Ja, in Minecraft kriegt man das nicht, ne? Oh Gott! LOL! LOL! Was für ein Kill. Und der hat den Kill nicht mal bekommen, weil er auf der Granate gestanden ist und dann runtergesprungen ist. Das heißt, der hat sich theoretisch selbst umgebracht. Ja, rein schon. Geisteskrank, Alter. Hä? Ja, der hat ja... Warum... Ja, lol. Er hat sich auf sich selber geworfen. Ja, aber er hat die Sniper durch die Boogie-Bomben getauscht und dann... ...auf sich selber geworfen. Nein, Alter. Alex, Alter. Pass doch auf mit dem Leben, Junge. Nein. Nein, oder? Er macht den Kill, oder? Er bringt jetzt selber um. Achtung. Nein. Und der stirbt ja. Hey Leute, dieser Moment, wenn man so sagt, okay, ich habe gerade einen Squad gerackt. Ist so richtig stolz. Man ist der letzte Überlebende in seinem Team. Man ist in Tilted Towers in der Endzone, ja? Noch drei Spieler leben. Man denkt so, man hat den leisen Mut, man könnte es schaffen. Dreht sich um, läuft eine Falle. Alles vorbei. Alles vorbei. Genau das, Alter. Wenn man sich savet und dann komplett rein schreitzt. Ich hasse es. Nein! Oh, no. Oh, hell no. Okay, ein Reiner-Street wieder. Reiner, sowas von Reiner. Ach, die alten Jump-Heads. Ja, ja. Oh nein, Alter. Oh nein, Junge. Shit! Er war voll gut. Hä? Was? Warum passiert mir nicht so was? Was, Alter? Was geht ab? Ach, das ist, weil beide Skins aufeinander stehen und der untere bugt. Das ist nämlich krank unmöglich. Habt ihr mal versucht, euch einen Fortnite aufeinander zu stellen? Das ist so schwer, Leute. Ich habe richtig viele Anläufe gebraucht. Du musst aber von ganz oben runterfallen und dann genau in der Korne stehen. Normalerweise bouncest du immer runter. Das ist richtig krass. Oh nein, wie der Zonenritter. Der arme, Alter. Er ist tot. Er hätte sich heilen müssen. Er hätte sich heilen sollen. Er hätte sich heilen sollen. Er hätte sich heilen sollen. Er hätte sich sowas von heilen sollen. Er schafft es und jetzt wird er... Oh, ne, der Schott. So verdient, Digga. Das muss ich ehrlich sagen. Ganz ehrlich, wenn du so tryhardest und dann reinkommst und dann noch einen auf dicke Hose macht, tut mir leid. Einbauen, Digga. Das sind genau wie die Leute, Digga. Wenn du vor ihm nimmst und die wollen die finischen und tanzen noch so und dann kommt dein Mate und Rack die beiseite. Weißt du, was ich meine? Das haben die dann so verdient, Alter. Diese Emotes bei Fortnite, diese Tänze, die triggern mich so krank. Dieser Nose-Kner-Dance, Digga. Ja, ja. Oh, Junge, Junge, Junge. Das Lachen. Falle bestimmt irgendwo. Er heißt einfach Kurvageilo. Er heißt Kurvageilo. Ist das Elp mit Kev, Alter? Das ist Deutsche. Das ist ein Deutsche. Oder? Ja, das ist ein Deutsche. Das ist ein Deutsche. Elp mit Kev-Fans. Geil, Alter. Ja, spiel doch wie ihn. Geist krank, geist krank. So ein Pech musst du erst mal... Und der gibt ne Gönsing einfach. Ja, moin. Der arme Nussknacker. Das war seine einzige Chance. Der Elf... Oh, oh, oh. No. No. Komm, ich ziehe Waffe. Ist keine Waffe hier unten. Suck my fucking wooden dick. Suck my fucking wooden dick in Hölzernen. Ja, moin. PC-Spieler. Stimmt, Xbox, Xbox, ja. Okay, nice. Oh, mein Gott. Wenn man halt wechselt, dann weil der Slot leer ist und dann direkt auf die Waffe man klickt. Man will eigentlich umbauen. Ja, 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 ja. Er wollte es bearbeiten, glaube ich. Schade, Bruder, schade. Oh, mein Gott. Spannungsbogen. Man hört den... Man hört den... Man hört den... Man hört den Steppen. Oh, mein Gott. Ich hasse diese Momente. Ich hasse diese Momente über alles. Nein. LOL. Ich close, Alter. Nein, Alter. Wie peinlich, Junge. Wie schade. Revi. Was? Die müssen zum Bahnhof. Ja, liebe Leute, was soll ich sagen? Das war's mit diesem wunderwunderschönen Video von Fortnite React. Lasst auf jeden Fall mal gerne einen Daumen nach oben da. Petrit, stabile Nummer auf jeden Fall. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Leute. Abonniert mich alle. Schaut bei Petri vorbei. Mach's gut. Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö